Moin Was soll unser? Mein Instagram von morgen Bannen Folgen Hä? Hä? Ich bin einfach nur noch müde, Alter! Ich will einfach nur diese Aufnahme hinter mir haben! Moin Für wann ist die Aufnahme? Sonntag, weil ich morgen nicht den ganzen Tag da bin Sonntag Sonntag Wo Schools Hallo Pre-Intro Oh yeah! Das war es Ah, Mann, ich kann mir nicht einmal eine vernünftige Runde, das kannst du nicht als Hauptmann werden finden, das geht nicht. Tja, nein. Kevin, es ist 1.30 Uhr mittlerweile. Es sind zwei Leute. Dann machen wir noch eine Runde danach. Ja. Ja, aber ich mache, ich mache, nee. Okay, ich warte jetzt, nein, ich warte jetzt nicht bis die nächsten NoLifer wieder in irgendeine Runde gehen. Doch. Ich meine, der eine blaue Witz unseres Leben wird schon wieder schwer genug machen, pass auf. Safe so obvious, Hacker, Alter. Ja. Ja, klar, aber der. Dann mache ich Moderation und dann mache Boom Boom und dann ist er weg. Ich bin hier failed, Alter. Achso, ja. Ähm. Jo, Jan rollt. By the way. Ja. Folgt Kevin auf Insta. Erster Link in der Beschreibung. Moin. Hab ich ja heute erst viermal gesagt, gefühlt. Folgt mir alle, danke. Mann, sind die gut. Haben die wohl doch keinen Glück gesetzt. Dann könnte das ja theoretisch noch ein Fröstlash werden. Komm. Lass uns es suchen. Okay, Kevin. Ich save... So verdient, Alter. So verdient, ey. Schein ist schon verdient. Also von Unterhaltungswert her, diese Folge ist schon mal over the top. Die toppt einfach alles, Junge. Du musst sie gehen raus an das, Koa. Ist wieder over the top. Junge, Koa. René, alter Beste. Oh, unser Bett ist, glaube ich, gleich auch weg. Nein, nicht nochmal. Kevin, bitte. Doch, unser Bett ist weg. Kevin! Du bist nicht auch noch down, oder? Oh, okay. Du hast Spaß in deinem 1 gegen 1 und will die Folge doch noch ein wenig Spannung gestalten, oder? Ich werde, verliere ich jetzt nicht, raste aus. Dann lasse ich einfach nur diese Runde hoch. Die geht einfach jetzt nur 3 Minuten 30 und dann ist mir das so weit von egal. Nicht mal 3 Minuten 30, weil das Pre-Intro ja schon 1 Minute ging. Specs von wo bauen die? Das ist gerade so ein Struggle für mich, oder? Mitte safe, alles safe ist, das ist mir gut. Nein, für, für, für. Moin, nach einer halben Stunde ist die Runde dann auch da. Das war eine neue Folge Statschburg mit Finn und mir. Ich wünsche euch dennoch einen schönen Abend, oder jeden Tag, wann ihr das Video guckt. Haut rein, ciao, ciao. Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde. Hallo. Sie hat keiner gefragt, Alter. Okay. Guck mal, der hat Gucci-Craft. Roter, der ist Gucci. Bruder, der Schkapital, brr, in Minecraft. Nein, bitte sag nicht, dass Rot hackt, Alter. Die waren so schnell jetzt in der Mitte. Ja, die hacken. Ja, nice, Alter. Oh, Mann, Finn. Ich glaube, ich schraube auf. Ach, ne, ich spiele nicht mehr. Lass mich einfach Mod werden, bitte, Alter. Ich bandi alle weg. Ich wäre der aktivste Mod der Welt, ich schwör's dir. Junge. Junge, ich will bis 3 Uhr nachts, wo keine Sau mehr online ist, oder 5 Uhr morgens noch die scheiß Huhensöhne rausbannen, Alter. Kenn ich nix, Alter. Ich liebe dich, Kevin. Ich hab nichtmals gecheckt, das ist unser Mate, ist aber nachher auch noch raus, oh mein Gott. Jetzt haben wir einen neuen Titel, oh nein. Noch mehr kann. Gelb ist offensichtlich. Oh, ey, nee. Ach, komm. Bitte. Danke. Nein, nein, er ist bei uns, er hat Steinbeke. Kevin, er baut das. Das war ich. Wo kann ich hinkommen, Kevin? Komm, Team Gelb. Bitte macht ihr vor die Kunde, der Hecker kommt. Hecker kommt. Wo, da, da ist Eisen. Hecker da! Bis so. Halbes, oder? Zwei. Also, halbes. Äh, nein, zwei Herzen. Ja, perfekt. Halbes. Nein, zwei Herzen, Junge. Hörst du mir nicht zu? Dies ist ein wichtiger... Nein! Gut. Diesmal ist es nicht dieser Huuuund-Typ. Von gerade eben. Der mich jedes Mal gewumstert. Komm. Lass ihn bitte schnell shoppen, damit ich jetzt einfach da umgehe. Ha! Moin. Komm, das enjoy ich jetzt. Das enjoy ich jetzt. Oder auch nee. Ja, mit zwei Runden plus viele Outtakes. Das wird super. Klassen wir es dabei. Hau rein und folg mal auf Instagram. Erster Link in der Beschreibung. Erster Link in der Beschreibung. Beschreibung, genau. Kann auch schon auswendig. Wiederschauen und reingehauen hier. Mählich. Kann man nicht machen, Alter. Outro ab. Outro ab, okay. Kack! 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 Kack!